Also ich tappe Mobil-Internet, denn der Anschluss, der hier liegt, wäre einfach mal ungefähr 10 Euro teurer und schlechter. Ja, also der hier ist zwar billiger, weil er ist einfach in der Miete von meinem Wohnheim mit drin, aber mein LTE-Stick ist teilweise selbst gedrosselt schneller. Das ist peinlich. Ja, nur wenn es wirklich extrem ist, weil da geht es einfach gar nicht. Auch sehr lustig ist, wir haben noch ein Wohnheim mitten in der Stadt drin. Und die hatten letztens Stromausfall und die gesamte Universität hier hatte dann keine Tante mehr. Neu. Obwohl die vier Kilometer von uns entfernt sind. Das ist alles über einen Server oder sowas. Das ist total lächerlich, was müssen wir hier machen. Das richtig hindrehen, wahrscheinlich. Scannen. Scannen? Ja, aber jetzt müssen alle... Audio-Nachricht. Dr. L. Serrano Status Update. Auf den Oberflächen aller Marker finden sich Blüfen. Niemand weiß mit Sicherheit, was die bedeuten. Doch existieren sie als eigene Sprache, die wir den Schöpfern der Marker zuschreiben. Allerdings haben unsere Auftragungsteams nun einen völlig neuen Satz Blüfen auf jenen Bauwerken entdeckt, die wir unter der Eiskruste des Planeten fanden. Dazu beordnet, diverse Artefakte zur genaueren Inspektion hierher zu bringen. Wenn es das ist, was ich denke, können wir das alles verändern. Ich habe hier mal eine Gute-Nacht-Literatur gefunden. Ja? Ja, das geht so über Biologie von den Nikromorphs und so. So was finde ich immer sehr interessant. Das kann man ja mal nutzen, um so Marker zu bauen, die Weltherrschaft an sich zu reißen und so. Nein, ich gebe mich ja mit sowas ein wie Weltherrschaft in Zubie. Alter, ich war gerade fertig, du Affe. Scheiße. Was ist das zu stellen? Blöd da, Sack. Du blödes Mistvieh. Hat mir das doch schon mal gestellt. Du blöder Keller. Ich setze mich jetzt in die Ecke und schäme mich. Ja, mach das mal. Ja, wenn ich mich die Kollisionsabfrage, wie ich das lassen würde. Arck. Ich hatte es gerade so schön durch. Ich bin zweit, okay. Ach, Mann. Ich lese mal. Wie war das nochmal, ich habe doch gewimmelt immer. Lies mal vor, solange. Achso, ich kann dir nichts vorlesen. Das waren nur so Texturbücher. Achso. Ich hatte es doch gerade. So, jetzt. Ich bin mit der Ecke und schäme mich. So weit ist die Kollisionsabfrage zuletzt. Ist gut. Aber ich muss einmal kurz den Bild schon resetten. Ich habe grüne Punkte gehabt. So. Geschafft. So. Ja, ich habe gewimmelt. Ich bin da, glaube ich, ein bisschen besser drin einfach. Aber es gibt auch Leute, die können das so. Ich kann diese Rätsel wimmeln gut, aber wenn du mir mit Zahlen kommst, dann kann es voll knicken. Ich glaube es irgendwie doch nicht, dass das Rosetta ist. Ich finde die Übersetzung hier übrigens sehr geil von Scan abgeschlossen. Steht einfach geschafft da. Guck mal, da ist ein Mülleimer-Symbol. Ja, aber wir müssen mich erlangen. Wobei, Moment, Moment. Ich habe einen Schlüssel dafür. Ja. Für die Kaserne habe ich den Schlüssel. Für die Kaserne habe ich Kaverne gesagt. Ja, sehr. Ich muss mal gucken, was passiert. Halte deinen Ausweis sichtbar. Genau, aber mach mal. Ich habe wieder grüne Punkte. Wir hatten Zugang zu ziemlich netten Spielzeugen. Wir sollten uns mal umsehen. Warum habe ich grüne Punkte? Du hast grüne Punkte. Jetzt zieh wieder weg. Naja, ich glaube, wir nehmen jetzt noch fast zwei Stunden auf. Nö, eineinhalb. Oh, jetzt muss ich mir schon wieder richtig... Was ist das denn für eine Logik? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich will meinen Anzug upgraden. Ja, ich muss mir gerade wieder richtig böse Sprüche verkneifen. Ja, mach doch. Ich glaube, wir haben gerade einen Teleporter in den Irak genommen. Wie gesagt, doch, er ist böse. Das hat mich jetzt irgendwie nicht so geschockt, muss ich gestehen. Na gut. Vielleicht gibt es ja irgendwelche Leute, die sich davon schocken lassen. Da weiß ich ja nie. Na toll, mir fehlen 45 Somat-Gel, dass ich auf die letzte Stufe ein Treffer bekomme. Aufspießen mit Chineso um 20% erhöht. Gut, dass ich aufspießen so oft benutzt habe schon. Ja, ne? Hat auch so wenig Munition. Ja, irgendwie. So Panzer würde ich ganz gerne nehmen. Der halbe Hinterkopf. Also so ein bisschen. So. Ähm, schön. Gut, wo geht es lang? Naja. Das ist eine Nebenmission. Nebenmission. Du sagst es mal so lustig. Echt? Ich höre da Sachen. Oh. Malo kommt gerade, wie wäre es, wenn ich die zersäge? Ich habe da noch irgendwas. Audio-Lock. Ne, nicht Audio. Guck mal, da hinten ist noch einer. Ich bin gerade von den Ragdoll-Fählern bei dir fasziniert. Bei mir? Ne, bei mir. Ich habe hier bei dir auch so lustig rumtanzen. Die hören ja gar nicht auf. I wanna dance, 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 dance. Schau doch mal auf hier. Du, fantastic, baby. Würden diese beiden Oberkörper bei mir unzüchtig sein. Unzüchtig. Guck mal, da drüben ist ein Chip. Oh, jetzt ist er down. Oh, jetzt kommt es gerade durch. Ähm, die schießen. Ja. Die hatten wir auch schon, die Gegner. Nein, das sind Necromovs, die schießen. Da rennt eine Kopfkram rum, die besetzt schon nicht die Leichen. Ich hole mal kurz Raketen, wir einfach rausziehen. Das ist mir zu doof. Äh. So, jetzt hat sich der Fall aber erledigt. Was denn? Ich weiß, es ist bei dir auch hinter mir ein Zappelnder Oberkörper. Ne, bei mir liegt da gar nichts. Gut, dann musst du dir das Video anschauen. Meint dann. Ich dachte, es kommt was von rechts, links drehe mich rum, da zappelt da nur so ein Oberkörper. Ich gehe mal runter. So, was haben wir denn hier unten Schönes? Leider vom Partner blockiert. Ja, ich bin ja schon weg. Ach Gott, jetzt kommt wieder Stase-Kram. Oh nein, ich sehe es doch schon, ja. Das sind wieder die lustigen Schnachelsachen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Wow, ich will hier wieder raus. Ich habe nicht so den Plan, wann wir das wie stasen sollen. Waaah. Was? Achso, wahrscheinlich kann man das hier durch die Löcher stasen, ne? Äh, nein, das sind Fenster. Oh, fuck. Keine Ahnung, wo der richtige Zeitpunkt ist. Wo wir hier raus müssen. Ich weiß, wo er richtig ist. Jetzt. Ah, ja, ich sehe es. Ich höre Monster. Ich habe einen Raketenwerfer, das ist mir da. Wette, da kommen gleich durch die Löcher welche raus, wenn ich hier anfange. Ach, da haben wir ja schon wieder... Ey, das hatten wir doch irgendwie schon mal, ne? Ja, das sah ja ganz kreativ aus. Ne, das sah nicht nur so ähnlich aus. Das sah ganz genau so aus. Das sah auch so aus. Ja gut, das passt aber zum Beispiel. Also bei mir schmackt Ragdoll gerade absolut ab. Guck mal. Da ist so ein Kopf. Da war ein Kopf. Ja, ob hier jetzt noch was passiert? Hier ist eine Stase. So. Habe ich eigentlich die Ragdolls? Ah, irgendwie traue ich diesem Teil da nicht. Was für euch Monster? Boah, jetzt habe ich mich echt mal erschrocken. Ich habe mich echt erschrocken, als es plötzlich rauskam. Ich höre jetzt... Vor allem, ich meinte, dass du so total lakonisch... Ich glaube, ich höre ein Monster und du... Ah! So, ich habe da jetzt gestaßt. Das Viech bewegt sich ja nicht mal. Ich traue dem... Ich traue dem Ding nicht. Ich habe es gestaßt. Das Viech bewegt hat. Ich glaube, mein Netzteil gibt zu wenig Energie ab. So. Ich weiß nicht, ich traue dem... Stase ist. Stase ist. Dann ist hier die Leiter. Geh du mal vor. Aha. Das ist... Die haben hier echt ein Stück Level recycelt. Hier ist sogar ein Rätsel, das wir genau an dieser Stelle hatten, nur deaktiviert. Ernsthaft? Ja, das sind diese Drehrätsel gewesen, wo die... Kontakte zusammendrehen mussten. Ach, die du so kacke, die du auch nicht konntest, ne? Ja. Ah, weh. Das finde ich nicht in Ordnung. Ja, aber es ist ja deaktiviert. Ich finde es halt nur so krass, dass es wirklich den ganzen Abschnitt dieses Levels praktisch recycelt hat. Ja. Das ist hart. Da lohnt sich das wahrscheinlich gar nicht. Ja, das ist nicht so schlimm wie in Dragon Age 2. Was habe ich zum Glück noch nicht gespielt? Ah, ich empfehle... Hi. Hi. Ich one-shorte die. Kein Ding. Ja, das wird langsam langweilig. Da habe ich mich jetzt aber nicht erschrocken. Ja. Ich glaube, da bin ich schon zu abgestumpft für. Hm. Muni-Clip. Hm. Den hatten wir auch schon in den Raum. Hi. Das finde ich jetzt gerade nicht so schön. Nein. Guck mal, das war exakt derselbe Gefangene, der exakt so lange drin. Äh, ja. Ah, Gott. Das ist ja jetzt echt schade. Es ist einfach nur rückwärts. Mal da. Natürlich. Da sollen mich die Viecher... Oh, scheiße. Die abgetrennten Köpfe. Schaut euch die Viecher mal genauer an. Ja, ich habe es erkannt. Finde ich ziemlich cool. Das sind nicht nur abgetrennte Köpfe. Oh, wie die wegfliegen, ist auch schön. Naja, ich will mich jetzt gar nicht an den Punkten stören, solange sie nicht im Video sind nachher. Da sind sie auf einem Bildschirm normalerweise nicht. Für mich würde das echt abfacken. Ja, sie werden dann immer mehr. Ja, also ich hatte das eben auf meinem alten Rechner und ich hoffe, man eine Grafikkarte löffelt nicht ab. Scaf Engineer Brigade. Das ist die Scaf. Okay. Ich habe auch so das Gefühl, dass meine Grafikkarte Fehler hat. Aber es ist nämlich auch in meinem zweiten Bildschirm nicht so. Vielleicht liegt es am HDMI-Ausgang. Das könnte sein. Das ist hard ass. Okay, ich muss jetzt noch mal kurz basteln. Tut mir leid. Das ist okay, dazu sind wir hier. Ich brauche eine Kettensäge. Explosionsmodul, Schadensboost. Ei, ei, ei. Ich will ein Explosionsmodul an meinen Raketenwerfer. Ich bin jetzt gerade überlegt, ob ich einen Minigun mit einem Raketenwerfer drunter baue. Das finde ich eigentlich ziemlich enorm. Ich will überall, du baust überall Schrotflinten ran, ich baue überall Miniguns ran. Ich liebe Miniguns. Der Ripcore ist ziemlich cool, finde ich. Ja, ich glaube, den nehme ich jetzt auch. Den Ripcore. Dann nehme ich was anderes, einfach damit wir die Abwechslung haben. Äh, und zwar. Ja, muss ja nicht. Wahrscheinlich, es kann auch sein, dass einfach irgendwo im Haus gerade noch ein anderes Gerät läuft. Zum Beispiel ein Herd oder so. Das hat schon so eine Auswirkung? Das ist ja krass. Ich meine das nicht unbedingt als Scherz. Das ist ja krass. Okay, jetzt habe ich den. Es ist aber auch nur bei HDMI so. Wenn ich einen anderen also über VGA gehe, dann im Bildschirm habe ich das nicht. Jetzt habe ich den doppelten Minigun. Das wäre auch geil. So, ich bin gerade liegen. Was habe ich? Ich habe Plasmakern, Teslakern. Militärantrieb bastle ich mal wieder. Repetierer ist irgendwie langweilig. Da kann nur Schwarz, Digga, deine Schwert. Schwarzen, Digga. Schwarzen, Digga. Scheiße. Oh Gott, was tue ich? Ah. Fuck. Das tut mir. Ich habe echt zwei Minigun draufgesetzt. Scheiße. Ich hasse meine Aussprache, ganz ehrlich. Das war der rassistische für heute. Warum kann ich hier nicht den... Ich finde es toll. Ich überlege mir gerade ernsthaft, diese Waffe zu behalten. Was kann ich denn unten noch anbringen? Was habe ich denn da? Teslakern, Telemetrie ist langweilig. So. Ich glaube, ich mache das wirklich. Aber ich habe nicht mehr genug Ressourcen. Ressourcen. Du sagst so, Honegger. Töte mich. So, Ripcorp. Pneumobrenner ist mir jetzt ein bisschen langweilig. Ich hätte jetzt gerne was anderes. Teslakern finde ich langweilig. Ich will mir gerade echt überlegen. Klassmachern? Klassmachern ist mal interessant. Nehme ich wirklich diese Waffe? Nee, die ist zwar cool, aber ich glaube nicht sehr effizient. Ah, was war das? Oh, scheiße. Wie hieß das Ding? Ripcorp, ne? Ja. Schadensboost. Ich fürchte, den kann ich gerade nicht herstellen.